Genau das Richtige für die schnelle Motivjagd, vor allem in der Natur oder bei Sportaufnahmen, ist das Monostativ Smooth von Hammer. Wo bei herkömmlichen Stativen Klammern oder Schrauben betätigt werden müssen, genügt beim Smooth eine einfache Handbewegung, um es auf die gewünschte Höhe auszufahren. Um es genauso schnell einzufahren, genügt ein simpler Knopfdruck. Das Stativ lässt sich stufenlos verstellen und fixieren, blitzschnell, auch während des Fotografierens. Für die Befestigung der Kamera sorgt eine Schnellwechselplatte. Damit lässt sich die Kamera ganz leicht am Stativ einklicken und genauso schnell auch wieder lösen. Das Stativ verfügt über eine Standspinne mit drei einzeln ausklappbaren Beinen. Damit steht das Smooth sicher auf dem Boden. Am Fußende des Stativs befindet sich ein fixierbares Gelenk. Entriegelt erlaubt es weiche Bewegungen und Schwenks. Noch ein praktisches Extra. Die Standspinne lässt sich abschrauben. Zusammen mit dem Kopf des Stativs lässt sie sich so als Tischstativ verwenden. Kein Klemmen, kein Schrauben. Das Monostativ Smooth gibt Fotografen maximale Freiheit für noch bessere Fotos. Ich wünsche dir die Kiste des Serb Universums. Das Ostervos ist ja das Niedern. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche mir nicht ein bisschenbish. Ich wünsche mir immer wieder einen Schrauben ein.